Hallo und herzlich willkommen zum Brine Booster YouTube Podcast. Heute werden wir das Thema Israel besprechen, seine Geschichte, Kultur, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Tourismus. Wir werden tief in die Vergangenheit und Gegenwart des Landes eintauchen und die vielen Facetten erkunden, die Israel zu einem einzigartigen und faszinierenden Reiseziel machen. Zu Beginn möchten wir unsere Zuhörer daran erinnern, dass unser Ziel darin besteht, einen informativen und ansprechenden Podcast zu bieten, der eine ausgewogene Perspektive auf Israel bietet. Wir ermutigen zu Offenheit und aktivem Zuhören, während wir dieses komplexe und vielschichtige Thema diskutieren. Wir möchten unsere Zuhörer bitten, bis zum Ende des Podcasts bei uns zu bleiben, da wir wertvolle Einblicke und Informationen teilen werden, die ihnen helfen werden, Israel besser zu verstehen. Die Geschichte Israels ist eine reiche und komplexe, die tausende von Jahren umfasst. Wir werden mit der antiken Zeit beginnen, als das Land Israel als Kanan bekannt war und von verschiedenen semitischen Völkern bewohnt wurde. Die Israeliten, eine dieser Gruppen, entstanden als eigenständige Kultur um das 12. Jahrhundert vor Christus und gründeten unter der Herrschaft von König Sol, König David und König Salomo eine Monarchie. Die Israeliten gründeten ein vereintes Königreich, aber es wurde nach dem Tod von König Salomo in zwei getrennte Königreiche aufgeteilt, Israel im Norden und Judah im Süden. Im Jahr 63 vor Christus eroberte das Römische Reich Israel, und das Land wurde in den nächsten Jahrhunderten von verschiedenen Imperien regiert, darunter das Byzantinische, Islamische und Osmanische Reich. Ende des 19. Jahrhunderts begann die jüdische Einwanderung nach Palästina, das damals Teil des Osmanischen Reiches war, zu zunehmen, und 1917 gab die britische Regierung die Belford-Erklärung heraus, die die Gründung einer nationalen Heimat für das jüdische Volk in Palästina unterstützte. Nach dem Zweiten Weltkrieg stimmte die Vereinten Nationen für die Teilung Palästinas in separate jüdische und arabische Staaten, was zum Ersten Arabisch-Israelischen Krieg im Jahr 1948 führte. Der Staat Israel wurde infolge dieses Krieges gegründet, und der anhaltende Konflikt mit Palästina ist seither ein bedeutendes Problem für die Region. Im Verlauf seiner Geschichte hat Israel viele Herausforderungen gemeistert, darunter anhaltende Konflikte mit seinen Nachbarn, interne politische Spaltungen und wirtschaftliche Probleme. Das Land hat jedoch auch viele Erfolge erzielt, wie die Entwicklung einer starken und vielfältigen Wirtschaft, die Etablierung einer robusten Demokratie und das Wachstum einer lebendigen Kultur. Heute bleibt Israel ein Fokus internationaler Aufmerksamkeit und seine Geschichte sowie die andauernden Konflikte formen weiterhin die Region. Die Politik und Gesellschaft Israels sind komplex und vielschichtig und werden geprägt durch die Geschichte, Geografie und die vielen Kulturen, die das Land geformt haben. Seit seiner Gründung im Jahr 1948 befindet sich das Land in einem Konflikt mit Palästina, der zu anhaltenden politischen und sozialen Problemen geführt hat. Der Konflikt hat einen erheblichen Einfluss auf die Beziehungen des Landes zu anderen Ländern und hat zu internen politischen Spaltungen geführt. Der anhaltende Konflikt mit Palästina ist eines der wichtigsten und komplexesten Probleme, mit denen sich Israel auseinandersetzen muss. Der Konflikt hat seine Wurzeln im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert und involviert eine Vielzahl von Akteuren, einschließlich der israelischen Regierung, palästinensischer Führungskräfte und verschiedener bewaffneter Gruppen. Der Konflikt hat zu einer Reihe von großen Konflikten geführt, einschließlich des Arabisch-Israelischen Krieges von 1948, des Sechstagekrieges von 1967 und des andauernden israelisch-palästinensischen Konflikts. Der Konflikt hat einen erheblichen Einfluss auf die Beziehungen Israels zu anderen Ländern, insbesondere im Nahen Osten. Das Land war in eine Reihe von Konflikten mit Nachbarländern verwickelt und hat die Beziehungen zu vielen seiner arabischen Nachbarn belastet. Zusätzlich hat der Konflikt zu internationaler Verurteilung der Handlungen Israels geführt und zu Forderungen nach einer Zweistaatenlösung. Interne politische Spaltungen sind ebenfalls ein bedeutendes Problem in Israel. Das Land hat eine Reihe von verschiedenen politischen Parteien, jede mit ihrer eigenen Agenda und politischen Philosophie. Das Land hat auch eine erhebliche ultraorthodoxe jüdische Bevölkerung, die ihre eigene politische und soziale Agenda hat. Diese Spaltungen führen oft zu einem Mangel an Einheit im Land und können es für die Regierung schwierig machen, Entscheidungen zu wichtigen Fragen zu treffen. Die Politik und Gesellschaft Israels sind komplex und vielschichtig und werden geprägt durch die Geschichte, Geografie und die vielen Kulturen, die das Land geformt haben. Der anhaltende Konflikt mit Palästina und interne politische Spaltungen gehören zu den wichtigsten Problemen, mit denen das Land konfrontiert ist. Das Verständnis der Politik und Gesellschaft Israels ist wichtig für jeden, der ein tieferes Verständnis des Landes und der Region erlangen möchte. Von seiner köstlichen Küche bis hin zur lebendigen Musik- und Kunstszene bietet Israel eine einzigartige und faszinierende kulturelle Erfahrung. Das Verständnis der Kultur Israels ist wichtig für jeden, der ein tieferes Verständnis der Geschichte, Politik und Gesellschaft der Region erlangen möchte. In diesem Podcast werden wir verschiedene Aspekte der israelischen Kultur untersuchen, wie zum Beispiel Essen, Musik, Kunst und Literatur, um ihnen ein tieferes Verständnis des reichen kulturellen Erbes des Landes und seiner Einflüsse zu vermitteln. Wir werden einige der interessantesten und einzigartigsten Aspekte der israelischen Kultur hervorheben und Informationen und Ressourcen für diejenigen bereitstellen, die mehr erfahren möchten. Wenn es um Essen geht, bietet Israel eine vielfältige und köstliche kulinarische Erfahrung. Die Esskultur des Landes ist eine einzigartige Mischung aus mediterranen, nahrestlichen und aschkenasischen Einflüssen. Einige der beliebtesten Gerichte in Israel sind Falafel, das sind frittierte Bällchen oder Patis aus gemahlenen Kichererbsen oder Ackerbohnen, Shaksuka, das ist ein traditionelles nordafrikanisches Gericht aus in einer würzigen Tomatensauce pochierten Eiern, und Hummus, das ist ein Dieb oder Aufstrich ausgekochten, zerdrückten Kichererbsen, Tahini, Zitronensaft und Knoblauch. Auch israelischer Salat und verschiedene Arten von Shoama und Kebab sind weit verbreitet. Darüber hinaus ist Israel ein Zentrum für eine blühende kulinarische Szene mit einer Vielzahl von Restaurants und Straßenverkäufern, die eine Vielzahl internationaler Küchen anbieten. Viele der Restaurants in Israel sind von der mediterranen und nahöstlichen Küche beeinflusst, bieten jedoch eine einzigartige Not bei den Gerichten. Die israelische Küche wird auch stark von seiner Geschichte und den vielen Kulturen beeinflusst, die sie geprägt haben. Zum Beispiel haben Falafel, Hummus und Shaksuka alle ihre Wurzeln im Nahen Osten und Nordafrika. Die Verwendung von Zutaten wie Kichererbsen, Tahini und Auberginen in diesen Gerichten spiegelt den Einfluss der mediterranen Küche wider. Zusätzlich zur traditionellen Küche ist Israel auch ein Zentrum für eine blühende kulinarische Szene mit einigen der aufregendsten und innovativsten Köche der Welt. Das Land ist auch Gastgeber von vielen Food-Festivals, Kochschulen und Kochkursen, die es Besuchern ermöglichen, die köstliche Esskultur des Landes aus erster Hand zu erleben. Musik ist ein wichtiger und lebendiger Aspekt der israelischen Kultur. Das Land hat ein reiches und vielfältiges musikalisches Erbe, mit Einflüssen aus traditioneller Volksmusik, Misraimusik und zeitgenössischen Stilen wie Pop, Rock und elektronischer Musik. Volksmusik ist ein wichtiger Teil der israelischen Kultur und hat ihre Wurzeln in der traditionellen Musik des jüdischen Volkes. Volkslieder erzählen oft Geschichten über die Geschichte des Landes und die Erfahrungen seiner Menschen und werden oft mit traditionellen Instrumenten wie Out, Dabuka und Buzuki gespielt. Auch Misraimusik, die ihre Wurzeln im Nahen Osten und Nordafrika hat, ist in Israel beliebt. Sie ist durch den Einsatz von arabischen und hebräischen Texten und traditionellen Instrumenten wie Out, Dabuka und Kanun gekennzeichnet. Misraimusik wurde stark von der Kultur der Misraimusik-Juden beeinflusst, die aus dem Nahen Osten und Nordafrika nach Israel eingewandert sind. Neben traditioneller und Misraimusik hat Israel auch eine blühende zeitgenössische Musikszene mit vielen Künstlern und Bands in verschiedenen Genres wie Pop, Rock und elektronischer Musik. Israel hat auch einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten elektronischen Musikszene geleistet, mit seinen DJs, Produzenten und Events. Von traditioneller Volksmusik über Misraimusik bis hin zu zeitgenössischen Stilen wie Pop, Rock und elektronischer Musik bietet Israel eine wirklich einzigartige und aufregende musikalische Erfahrung. Kunst und Architektur spielen eine wichtige Rolle in der israelischen Kultur und Gesellschaft. Das Land hat eine reiche Tradition der bildenden Kunst, mit vielen Künstlern und Kunstgalerien, die Werke präsentieren, die das einzigartige Erbe und die Kultur des Landes widerspiegeln. Israel hat eine Reihe von bekannten Künstlern hervorgebracht, wie Reugner Rubin, Lia Nickel und Jakob Agam, deren Werke als wichtige Beiträge zur globalen Kunstszene gelten. Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften der israelischen Kunst ist die Art und Weise, wie sie die Geschichte des Landes und die vielen Kulturen widerspiegelt, die es geprägt haben. Vom traditionellen jüdischen Kunsthandwerk bis hin zur zeitgenössischen Kunst bietet das Land eine breite Palette an Stilen und Einflüssen. Die Kunstszene in Israel ist lebendig und vielfältig, mit vielen Galerien und Museen, die lokale und internationale Künstler präsentieren. Auch die Architektur Israels ist vielfältig und spiegelt die vielen Kulturen wider, die das Land geprägt haben. Von der traditionellen mittelöstlichen Architektur über den Bauhausstil, der von jüdischen Architekten, die vor dem Naziregime aus Deutschland geflohen sind, nach Israel gebracht wurde, bis hin zur zeitgenössischen Architektur vereint Israel eine einzigartige Mischung aus traditionellen und modernen Stilen. Die Architektur des Landes spiegelt seine Geschichte, Kultur und die vielen Einflüsse wider, die es geprägt haben. In der Literatur hat Israel eine reiche und vielfältige Tradition, die die Geschichte, Kultur und die vielen Einflüsse widerspiegelt, die das Land geprägt haben. Von der klassischen hebräischen Literatur bis zur zeitgenössischen Arabischen und anderen Sprachen ist die israelische Literatur vielfältig und fesselnd. Eine der bemerkenswertesten Aspekte der israelischen Literatur ist die Art und Weise, wie sie die Geschichte des Landes und die Erfahrungen seiner Menschen widerspiegelt. Viele israelische Schriftsteller haben die Vergangenheit und Gegenwart des Landes erforscht, und ihre Werke spiegeln oft die komplexe und vielschichtige Natur der israelischen Gesellschaft wider. Einige der berühmtesten Autoren Israels sind Amos Ozzet, David Großmann und Abraham Gabriel Jehoshua, deren Werke weithin übersetzt wurden und internationalen Ruhm erlangt haben. Neben den Autoren hat Israel auch eine blühende literarische Szene, die Lyrik, Drama und Sachliteratur umfasst. Das Land beheimatet zahlreiche Literaturfestivals, Buchmessen und Schreibwerkstätten, die Gelegenheiten für Autoren und Leser bieten, sich mit der Literatur auseinanderzusetzen und sich auszutauschen. Die Bedeutung der Literatur in der israelischen Kultur ist nicht zu unterschätzen. Sie dient als Fenster in die Vergangenheit und Gegenwart des Landes und spiegelt die vielen Stimmen und Perspektiven wider, die die israelische Gesellschaft ausmachen. Durch Literatur können wir ein tieferes Verständnis des Landes und der Menschen gewinnen, die es ihr Zuhause nennen. Zusammenfassend ist die Kultur Israels eine vielfältige und reiche Kultur, die von der Geschichte des Landes und den vielen Einflüssen geprägt ist, die es geformt haben. Von der köstlichen Küche bis zur lebendigen Musik- und Kunstszene bietet Israel eine reichhaltige kulturelle Erfahrung, die wirklich einzigartig ist. Die Kultur des Landes spiegelt seine Vergangenheit, Gegenwart und die vielfältige Bevölkerung wider, die es ihr Zuhause nennt. Die Wirtschaft Israels ist eine entwickelte, kapitalistische Marktwirtschaft mit einer hochqualifizierten Arbeitskräfte. Sie ist durch eine Mischung aus moderner Industrie, Landwirtschaft und traditionellen Kleinunternehmen gekennzeichnet. Israels Wirtschaft wächst in den letzten Jahren rasant und ist derzeit die 41. größte Wirtschaft der Welt. Das Land steht jedoch vor einer Reihe von wirtschaftlichen Herausforderungen, darunter hohe Lebenshaltungskosten, ein großes Handelsdefizit und ein hoher Grad an Ungleichheit. Eine der wichtigsten Branchen in Israel ist die Technologiebranche. Das Land ist weltweit führend in der Technologiebranche und bekannt für seine Innovationen in Bereichen wie Software, Halbleitern und Biotechnologie. Das Land verfügt über eine hochqualifizierte Arbeitskräfte und eine Kultur, die Innovation und Unternehmertum fördert, was dazu beigetragen hat, seinen Erfolg in der Technologiebranche voranzutreiben. Eine weitere wichtige Branche in Israel ist die Landwirtschaft. Das Land hat eine lange Geschichte in der Landwirtschaft und ist ein wichtiger Exporteur von landwirtschaftlichen Produkten wie Zitrusfrüchten, Gemüse und Blumen. Das Land hat auch eine wachsende Lebensmittelverarbeitungsindustrie, die eine breite Palette von Produkten wie Wein, Olivenöl und verarbeiteten Lebensmitteln produziert. Israel hat einen sehr entwickelten Handelssektor, der eine wichtige Rolle in der Wirtschaft des Landes spielt. Das Land hat Handelsbeziehungen mit vielen Ländern auf der ganzen Welt und ist ein wichtiger Exporteur von Waren und Dienstleistungen. Zu den wichtigsten Exportpartnern des Landes gehören die Vereinigten Staaten, China und die Europäische Union. Trotz seiner Erfolge hat die Wirtschaft des Landes auch einige Herausforderungen zu bewältigen. Eine der Hauptprobleme ist die hohe Lebenshaltungskosten, die durch Faktoren wie hohe Wohnungskosten und ein großes Handelsdefizit verursacht wird. Eine andere Herausforderung ist das hohe Maß an Ungleichheit, das durch Faktoren wie einen Mangel an erschwinglichem Wohnraum und fehlende Möglichkeiten für einkommensschwache Personen und Familien verursacht wird. Israel ist ein Land mit einer reichen Geschichte und Kultur und bietet viele beliebte Touristenziele für Besucher zum Erkunden. In diesem Podcast werden wir einige der beliebtesten historischen und religiösen Städten in Israel hervorheben. Beginnend mit Jerusalem, ist die Stadtheimat einiger der wichtigsten religiösen Städten der Welt. Die Klagemauer, auch als westliche Mauer bekannt, ist der letzte verbleibende Teil des zweiten Tempels und eine wichtige Pilgerstätte für Juden. Die Klagemauer gilt als einer der heiligsten Orte im Judentum und zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Die Grabeskirche befindet sich ebenfalls in Jerusalem und gilt als einer der heiligsten Orte im Christentum. Die Grabeskirche wird als Ort der Kreuzigung, Beherdigung und Auferstehung von Jesus von Nazareth angesehen. Dieser Ort ist auch eine wichtige Pilgerstätte für Christen und zieht jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Der Felsendom, ein islamisches Schrein aus dem 7. Jahrhundert auf dem Tempelberg gelegen, ist auch ein beliebtes Ziel für Besucher. Der Felsendom ist eine der ältesten erhaltenen islamischen Strukturen und gilt als eines der schönsten Beispiele islamischer Architektur. Eine weitere wichtige historische und religiöse Stätte ist Masada, ein UNESCO-Weltkulturerbe, das die letzte Festung der jüdischen Rebellen während des Römischen Reiches war. Masada liegt auf einem Felsplateau, das auf das Tote Meer blickt, und ist ein beliebtes Ziel für Besucher, die die Geschichte Israels kennenlernen möchten. Masada und das Tote Meer sind zwei der beliebtesten Touristenziele in Israel, bekannt für ihre reiche Geschichte und einzigartigen natürlichen Merkmale. Masada ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und war die letzte Festung der jüdischen Rebellen während des Römischen Reiches. Die von König Herodes dem Großen erbaute Festung liegt auf einem Felsplateau und bietet Besuchern einen Einblick in die Geschichte des antiken Israels. Besucher können mit einer Seilbahn auf das Plateau fahren und die Überreste der Festung, einschließlich des Palastes, der Badehäuser und der Synagoge, erkunden. Besucher können auch eine geführte Tour machen und mehr über die Geschichte von Masada und den berühmten jüdischen Aufstand erfahren. Das Tote Meer, das sich an der tiefsten Stelle der Erde befindet, ist auch ein beliebtes Reiseziel für Besucher. Bekannt für seine heilenden Eigenschaften ist das Tote Meer berühmt für seinen hohen Salz- und Mineralgehalt, der es Besuchern ermöglicht, auf seiner Oberfläche zu schwimmen. Das Tote Meer ist auch die Heimat einer Reihe von Gesundheits- und Wellnesszentren, die Behandlungen wie Schlammbäder, Massagen und andere Spa-Dienstleistungen anbieten. Besucher können auch ins Meer springen und die wunderschöne Aussicht auf die umliegende Landschaft genießen. Neben historischen und religiösen Städten bietet Israel-Besuchern eine Vielzahl von beliebten Strand- und Naturzielen zum Erkunden. Tel Aviv ist zum Beispiel die Heimat einer Reihe von beliebten Stränden, die eine Vielzahl von Aktivitäten wie Schwimmen, Sonnenbaden und Wassersport anbieten. Besucher können das warme Mittelmeer-Klima genießen, im Meer schwimmen oder einfach am Strand entspannen und die Sonne genießen. Die Strände von Tel Aviv bieten auch eine Vielzahl von Strandcafés und Restaurants, in denen Besucher einen Happen zu essen oder etwas trinken können. Eilat, am südlichsten Punkt Israels gelegen, ist auch ein beliebtes Strandziel, bekannt für seine klaren Gewässer und Korallenriffe. Besucher können eine Vielzahl von Wassersportarten wie Schnorcheln und Tauchen genießen und auch eine Bootsfahrt machen, um die Korallenriffe und das farbenfreue Meeresleben zu sehen. Eilat bietet Besuchern auch eine Vielzahl von Unterkünften, von luxuriösen Hotels bis hin zu budgetfreundlichen Optionen. Wenn es um Naturwunder geht, ist die Negifwüste ein beliebtes Reiseziel für Besucher, die die wilden Landschaften erkunden und die Aussicht bewundern möchten. Besucher können eine Cheap-Tour durch die Wüste machen, durch die Canyons wandern und Beduinen-Communities besuchen, um mehr über die Kultur der Wüste zu erfahren. Die Golanhöhen im Nordosten Israels bieten Besuchern die Möglichkeit, die raue Landschaft zu erkunden, die Aussicht zu bewundern und die Natur zu genießen. Besucher können auch die Weingüter der Golanhöhen besuchen, eine der renommiertesten Weinregionen des Landes und einige der besten Weine Israels probieren. Die Region Galiläa im Norden Israels bietet Besuchern eine Vielzahl von Naturwundern, darunter das Tote Meer, den Jordan und die Golanhöhen. Besucher können auch eine Bootstour auf dem Sie von Galiläa machen, die antike Stadt Tiberias besuchen und in den umliegenden Bergen wandern. Neben historischen und religiösen Städten, Stränden und Naturwundern bietet Israel Besuchern eine Vielzahl anderer beliebter Ziele zum Erkunden. Beginnen wir mit den Bahá'í-Gärten in Haifa. Die Gärten sind einer der wichtigsten Orte des Bahá'í-Glaubens und bieten Besuchern einen Einblick in die Geschichte und Kultur der Religion. Die Gärten sind terrassiert am Hang des Berges Karmel angelegt und bieten Besuchern einen wunderschönen Blick auf die Stadt Haifa und das Mittelmeer. Besucher können auch eine geführte Tour durch die Gärten machen, mehr über die Geschichte des Bahá'í-Glaubens erfahren und die schönen Blumen und Pflanzen bewundern. Die Altstadt von Haifa ist ein weiteres beliebtes Reiseziel, das Besuchern einen Einblick in die Geschichte und Kultur Israels bietet. Die Altstadt beherbergt eine Vielzahl von historischen und religiösen Städten, darunter den Jafferport, den Urturm und die Kirche St. Peter. Besucher können auch die engen Gassen der Altstadt erkunden, die Kunsthandwerksläden und Galerien besuchen und die lokale Küche genießen. Der Nationalpark Caesarea, der an der Mittelmeerküste liegt, bietet Besuchern die Möglichkeit, die Überreste der antiken Stadt Caesarea zu erkunden. Besucher können die Überreste des Römischen Theaters, der Kreuzfahrerburg und des Antiken Hafens sehen, der der älteste seiner Art in der Welt ist. Besucher können auch eine geführte Tour durch den Park machen und mehr über die Geschichte der antiken Stadt erfahren. Wenn es um Abenteueraktivitäten in Israel geht, gibt es keine Mangel an Optionen. Vom Wandern bis zum Radfahren bietet das Land eine Vielzahl von Aktivitäten, die es Besuchern ermöglichen, die Natur und die einzigartigen natürlichen Merkmale des Landes zu erkunden. Eine beliebte Aktivität ist das Wandern, das Besuchern die Möglichkeit bietet, die wunderschönen Landschaften Israels zu erkunden, von dem rauen Gelände der Negiflüste bis zu den sanften Hügeln der Galiläerregion. Mit einer Reihe von Wanderwegen zur Verfügung, können Wanderer von einfachen, familienfreundlichen Optionen bis hin zu anspruchsvollen Roten Wellen, die atemberaubende Ausblicke und ein echtes Abenteuergefühl bieten. Eine weitere beliebte Aktivität ist das Radfahren, ob es sich um Straßenradfahren oder Mountainbiken handelt. Israel verfügt über eine Vielzahl von Fahrradwegen, die von einfach bis anspruchsvoll reichen und es Besuchern ermöglichen, die wunderschönen Landschaften und das diverse Gelände des Landes zu erkunden. Von den malerischen Küstenrouten bis hin zu den herausfordernden Hügeln der Golanhöhen gibt es für jeden Radfahrerlevel etwas zu genießen. Ob Sie ein erfahrener Profi oder ein erstmaliger Radfahrer sind, bietet Israel viele Möglichkeiten, die Natur auf zwei Rädern zu erleben. Wenn es darum geht, das Beste zu erleben, was Israel zu bieten hat, gibt es keine Mangel an Optionen für Besucher. Von kulinarischen Touren bis hin zu kulturellen und historischen Ausflügen, religiösen Pilgerreisen und Outdoor-Aktivitäten bietet das Land eine Fülle von Möglichkeiten für Besucher, zu erkunden und zu entdecken. Eine beliebte Option für Besucher ist eine kulinarische und Weintour, die es Besuchern ermöglicht, die köstliche und vielfältige kulinarische Szene Israels zu erleben. Besucher können traditionelle Gerichte probieren, lokale Märkte erkunden und Weingüter besuchen, um einige der besten Weine des Landes zu probieren. Für diejenigen, die mehr über die reiche Geschichte und Kultur des Landes erfahren möchten, sind kulturelle und historische Touren eine gute Option. Diese Touren bieten Besuchern die Möglichkeit, antike Ruinen zu erkunden, Museen zu besuchen und mehr über die Vergangenheit und Gegenwart des Landes zu erfahren. Religiöse Touren sind auch beliebt, da Israel für Juden, Christen und Muslime viele wichtige religiöse Städten hat. Besucher können die Klagemauer, die Grabeskirche und den Felsendown erkunden. Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren und Schwimmen im Totenmeer sind auch bei Besuchern beliebt. Das Land bietet Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Natur zu erkunden, darunter die Wüste Nigif, die Golanhöhen und die Galiläerregion. Zusammenfassend bietet Israel Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Beste des Landes zu erkunden, ob durch Food- und Weintouren, kulturelle und historische Touren, religiöse Touren oder Outdoor-Aktivitäten. Medizinischer Tourismus in Israel ist eine wachsende Branche, mit vielen Menschen, die in das Land reisen, um von seinen fortschrittlichen medizinischen Einrichtungen und hochqualifizierten Gesundheitspersonal zu profitieren. In diesem Podcast werden wir die Gründe besprechen, warum Israel ein beliebtes Reiseziel für medizinischen Tourismus wird, welche Arten von Behandlungen und Verfahren verfügbar sind und was Besucher erwartet, wenn sie medizinische Behandlung in Israel suchen. Einer der Hauptgründe für das Wachstum des medizinischen Tourismus in Israel sind die fortschrittlichen medizinischen Einrichtungen und hochqualifizierten Gesundheitspersonal des Landes. Israel ist die Heimat vieler weltberühmter Krankenhäuser und Forschungszentren, und seine Ärzte und medizinisches Personal gehören zu den Besten der Welt. Zusätzlich ist Israel führend in vielen medizinischen Innovationen, insbesondere in den Bereichen Onkologie, Kardiologie, Neurologie und Orthopädie, was viele medizinische Touristen anzieht. In Bezug auf Behandlungen und Verfahren bietet Israel eine Vielzahl von Optionen für medizinische Touristen. Einige der beliebtesten Behandlungen umfassen Krebsbehandlungen, Fruchtbarkeitsbehandlungen, orthopädische Behandlungen, kardiovaskuläre Behandlungen und Schönheitsoperationen. Zusätzlich ist Israel auch ein beliebtes Ziel für Rehabilitations- und Physiotherapiebehandlungen. Wenn Besucher medizinische Behandlung in Israel suchen, können sie eine qualitativ hochwertige Versorgung und Behandlung von erfahrenen Fachleuten erwarten. Zusätzlich bieten viele Krankenhäuser und Kliniken in Israel auch Unterstützungsdienste wie Übersetzungsdienste, Transportdienste und Unterkunftsdienste an, um den Besuch für Besucher so angenehm wie möglich zu gestalten. Zusammenfassend haben wir die reiche Geschichte, Kultur und die vielfältigen Erfahrungen besprochen, die Israel zu bieten hat. Wir haben die Geschichte Israels behandelt, angefangen bei der Antike und wichtigen Ereignissen wie der Gründung des jüdischen Staates, den arabisch-israelischen Kriegen und dem anhaltenden Konflikt mit Palästina. Wir haben auch die vielfältige Kultur Israels erkundet, einschließlich seiner Küche, Musik, Kunst und Literatur sowie beliebten touristischen Zielen, Abenteueraktivitäten und medizinischem Tourismus in Israel. Wir möchten uns bei Ihnen bedanken, dass Sie uns während des Podcasts begleitet haben, und wir laden Sie ein, auch unsere anderen Podcasts anzuhören. Wir werden weiterhin verschiedene Themen erkunden und unsere Erkenntnisse und Kenntnisse mit Ihnen teilen. Vergessen Sie also nicht, unseren Kanal zu abonnieren und über unsere kommenden Podcasts auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.